Hey, was geht? Ich bin Daniel von PlayPauseRecord und ich zeige euch heute, wie ich meinen Audio-Recorder, das Zoom F4, mit Strom versorgen kann und wie das euch vielleicht auch weiterbringt. Das Zoom F4 ist ein toller Audio-Recorder, der ja schon seit vielen Jahren bei mir jetzt im Einsatz ist, egal ob ich einen Podcast aufnehme oder auch mit einer Tonangel agiere. Aber einen Nachteil hat der Recorder und zwar, dass der eingebaute Akku kein wirklicher Akku ist, sondern das sind Battery-Packs, wo ich acht AA-Batterien einsetzen kann. Und selbst wenn ich acht AA-Batterien hier verwende, wenn ich ein paar Mikrofone mit Phantomspeisung anschließe, dann hält es maximal, ja, ich will mal sagen, zwei Stunden. Und das reicht natürlich nicht für einen ganzen Drehtag aus, deswegen habe ich mir eine Alternative überlegt, die etwas besser und länger hält und die auch noch andere gute Features bietet. Und zwar verwende ich jetzt schon seit einiger Zeit diese Powerbanks hier. Ja, das sind Powerbanks, die haben eine Kapazität von, ich glaube, 23 mAh und ihr seht schon, die sind relativ flach, was ein großer Vorteil ist, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und vor allem ist es auch praktisch, dass die 12 Volt ausgeben können, was eben mein Zoom F4 benötigt. Einerseits können diese Powerbanks auch noch zum Powern von zum Beispiel Laptops verwendet werden, weil eben die 12 Volt Ausgabe, beziehungsweise ich glaube bis zu 16 Volt ausgegeben werden kann. Andererseits ist auch die Akkukapazität sehr hoch und der Formfaktor kommt auch noch ins Spiel. Ich habe die Akkus von zwei unterschiedlichen Herstellern, das ist einmal hier von Power Add und der dunkle ist von XT Power. Beide sind in der Performance ganz, ganz ähnlich. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum ich hier einmal einen Sticker mit Out und einen mit In habe, beziehungsweise warum ich das gelabelt habe. Das liegt einfach daran, wenn ich die Powerbanks wieder aufladen will, dann will ich nicht fälschlicherweise in den Ausgang den Strom einspeisen, weil ich natürlich nicht will, dass es da zu irgendwelchen Schäden oder Ähnlichem kommt. Wie schließe ich das Ganze jetzt an? Ich schließe einfach hier an meinen Ausgang die Powerbank an und habe hier an der Seite vom Zoom F4 einen High-Rose-Stromeingang, den ich hier einfach anschließen kann. Ich könnte das Ganze auch über die Steckdose verwenden, allerdings macht das natürlich keinen Sinn, wenn ich mit dem Set unterwegs bin. Deswegen läuft das so mit dem Kabel. Und wenn ich jetzt meinen Recorder anstelle, dann wird jetzt automatisch die Powerbank verwendet als Stromquelle, da muss ich nichts weiter einstellen. Wenn jetzt allerdings bei meinem Recorder irgendwann mal die Powerbank leer gehen sollte, wird trotzdem noch auf die eingebauten Batterien, beziehungsweise dieses Battery Pack, was ich gezeigt habe, zurückgegriffen. Das heißt, ich habe in der Regel immer noch genug Zeit, um auch die Powerbank auszutauschen. Allerdings brauche ich das in der Regel nicht, denn selbst wenn ich mit mehreren Mikrofonen arbeite, habe ich eine Akkulaufzeit, die weit über einen Drehtag hinausgeht. Also ich habe teilweise mit vier Mikrofonen und Phantomspeisung für vier Stunden was aufgenommen direkt am Stück und hatte dann trotzdem nur, ich weiß es nicht mehr genau, 15 bis 20 Prozent weniger Akku. Das heißt, ich komme locker über einen Drehtag mit einer von diesen Powerbanks. Ich habe jetzt allerdings noch eine zweite, einfach nur zur Sicherheit. Was mir auch noch sehr, sehr gut gefällt, ist an der Powerbank, dass ich eben nicht nur hier diesen DC-Ausgang habe, sondern dass ich auch noch ganz normal USB-Ausgänge habe. Das ist vor allem in einem Fall sehr praktisch. Abgesehen davon, dass ich natürlich auch mein Smartphone beim Dreh da mal laden könnte, ist es für mich sehr, sehr praktisch, wenn ich diese Funkstrecke hier verwende. Das ist der Empfänger von der Sennheiser AVX-Funkstrecke. Und während ich die Funkstrecke für ihre Qualität, ihren Sound und auch die ganze Verarbeitung sehr mag, gibt es ein kleines Manko. Und zwar während der Sender durchaus mal seine 10 Stunden oder länger durchhalten kann auf eine Akkuladung, wird der Akku vom Empfänger einfach wesentlich schneller leer. Also der wird mit etwa 4 bis 5 Stunden, glaube ich, von Sennheiser angegeben. Aber mit dieser Powerbank hier habe ich den Vorteil, ich kann dann mit einem Micro-USB-Kabel von der Powerbank auch direkt den Empfänger von meiner Funkstrecke noch weiter powern, wenn das notwendig ist. Natürlich kann ich einfach den Akku austauschen bei diesem Empfänger, aber wenn ich gerade einen längeren Take habe oder gerade einen Interviewfilm oder was ähnliches und ich sehe, dass sich die Akkuanzeige gerade dem Ende nähert, dann kann ich nicht einfach den Akku austauschen. Aber was ich dann machen kann ist, ich schließe einfach während des Drehs ein weiteres Kabel an und lade dann einfach den Empfänger noch auf und kann dadurch dann entweder einen Empfänger genügend laden, dass ich ihn weiterverwenden kann oder zumindest bis nochmal abgesetzt wird und ich den Akku beim Empfänger austauschen kann. Ich habe gerade noch das flache Profil von der Powerbank gelobt. Das ist natürlich gerade in dem Fall, wenn ich mit einer kleinen Soundbag arbeite, von Vorteil. Wenn ich jetzt hier noch irgendwie einen Aufsatz oder eine Installation hätte für NPF-Akkus oder für V-Mount-Akkus, die natürlich wesentlich breiter wären, dann würde mir das natürlich einfach einiges an Platz rauben. So ist das Ganze schön kompakt und ich habe hier oben dann noch die Möglichkeit, weitere Mikrofone, Sender, Empfänger oder ähnliches zu platzieren oder kann natürlich dann auch noch die zweite Powerbank, das wenn ich mal austauschen muss, dass ich dann einfach nur hier ausstecken und hier wieder einstecken kann und kann dann einfach direkt weiter aufnehmen. Eine Kleinigkeit habt ihr wahrscheinlich noch entdeckt. Ich habe hier schwarzes Kletttape angebracht. Das ist relativ simpel und eigentlich selbsterklärend. Das ist natürlich einfach zur Befestigung am Recorder, dass wenn ich das Ganze in einer Soundbag verwende, mir nicht der Akku irgendwie wegfliegen kann oder ähnliches. Ich weiß, dass das nicht die offiziell professionellste Lösung ist. Allerdings ist das für meinen Recorder genau das Richtige, was ich gebraucht habe, weil es eben vom Platz her genau passt und genau die Anforderungen erfüllt, die ich gebraucht habe. Wie gesagt, ich komme damit locker durch einen Drehtag durch. Ich habe zwar noch keinen Test von Anfang bis Ende gemacht, aber man sollte eigentlich locker auf zwölf Stunden kommen, wenn man ein Tonangelmikrofon und noch drei Lavaliermikrofone bzw. Funkstrecken angeschlossen hat. Das funktioniert eigentlich dann ohne Probleme. Natürlich sind diese Powerbanks aufgrund der hohen Kapazität und auch der Möglichkeit, dass ich damit Laptops und Ähnliches noch mit Energie versorgen kann, nicht ganz günstig. Was insofern ein bisschen ärgerlich ist, da die Verarbeitungsqualität insgesamt zwar okay ist, aber ihr seht schon, ich musste hier oben diese Plastikabdeckung schon festtapen und hier eben auch nochmal durch die In-and-Out-Beschriftungssticker. Und das ist natürlich ärgerlich, weil innerhalb von ungefähr einer Woche ist hier schon der Kleber quasi von dieser Abdeckung abgegangen und ich musste das Ganze befestigen. Ist jetzt natürlich kein Dealbreaker, allerdings ein bisschen ärgerlich. Also so eine Powerbank, da ist man mit ungefähr 120 Euro dabei, allerdings ist man dann auch sehr, sehr gut mit Strom versorgt für längere Zeit. Ja, vielleicht ist das ja auch für euer Audio-Setup relevant oder vielleicht auch für euer Kamera-Setup. Ihr könnt natürlich auch bei Kameras, die über USB angetrieben werden können, also mit Energie versorgt werden können, diese Powerbanks nutzen, wenn ihr es möchtet. Allerdings ist dann natürlich der Formfaktor nicht so perfekt, wie ihr hier zum Beispiel bei einem Audio-Recorder passt. Ich hoffe, dieser Einblick konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst oder meinen Kanal abonniert für weitere solche Videos. Das war es soweit von mir, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao! Vielen Dank!